Patrick, wieso bist du eigentlich Freimaurer geworden? Die Frage habe ich jetzt so in ähnlicher Form die letzten Jahre immer wieder gehört und kann das natürlich auch mehr als nachvollziehen. Es gibt in Deutschland in etwa 15.000 Freimaurer. Das heißt, relativ wenige Menschen in Deutschland sind Freimaurer und dementsprechend, gerade weil es etwas ist, was jetzt nicht so breit vertreten ist, ist das natürlich eine Frage, die sehr wohl wiederholt aufkommt. Und genau darüber möchte ich in diesem Video mit dir reden. Mein Beitritt ist nun gute sechs Jahre her und vor etwa sieben Jahren habe ich erstmalig Kontakt aufgenommen zu den Freimaurern. Aber warum habe ich das gemacht? Und da würde ich gerne ein paar Jahre zurückwandern und vor allem einmal auf Meta-Ebene und von oben ganz allgemein auf das Thema gucken der persönlichen Entwicklung im weitesten Sinne, um dir da vielleicht aufzuzeigen, was mich damals dazu bewegt hat, den Freimaurern beizutreten. Zuerst einmal glaube ich daran, dass, wenn man zu einem, in Anführungsstrichen, besseren Menschen werden möchte, dass kein Weg daran vorbeiführt, an sich zu arbeiten. Das funktioniert nicht. Es gibt diesen Satz, ich bin mir nicht mehr sicher, von wem er stammt, von wem er stammt. Wenn du die Welt verändern möchtest, verändere zuerst dein Kontinent. Wenn du dein Kontinent verändern möchtest, verändere zuerst dein Land. Wenn du dein Land verändern möchtest, verändere zuerst deine Stadt. Wenn du deine Stadt verändern möchtest, verändere zuerst deine Familie. Und wenn du deine Familie verändern möchtest, dann verändere zuerst dich selbst. Ich glaube, egal welchen Bereich im Leben wir uns vornehmen, ob es beruflicher Erfolg ist, ob es finanzielle Intelligenz ist, ob es harmonische Partnerschaften sind oder ob es die geistige Verfeinerung ist im weitesten Sinne, egal welchen Bereich wir nehmen, uns wird nichts geschenkt. Es ist wichtig, dass wir an uns selbst ansetzen und uns selbst weiterentwickeln, an uns selbst arbeiten und als Folge dessen den Erkenntnissen, die wir daraus gewinnen, den Sachen, die wir auf diesem Weg lernen, die neuen Erfahrungen, die daraus resultieren, die führen dann als Ergebnis oftmals zu beruflichem Erfolg, harmonischen Partnerschaften, einer bewussteren und achtsameren Lebensführung beispielsweise. Es ist aber immer nur die Folge von dem Arbeiten an uns selbst. Und das war mir schon relativ früh klar. Deshalb war für mich die nächste Frage erst mal, okay, wie arbeitet man an sich selbst? Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Ganz allgemein betrachtet. Und da wurde mir klar, dass es auch da ein breites Repertoire, eine große Klaviatur gibt an Möglichkeiten, wenn es darum geht, an sich selbst zu arbeiten. Zum einen waren da ganz viele philosophische Ideen, die im Umlauf waren. Dann gibt es das große Feld aus wissenschaftlicher Sicht der Psychologie. Dann gibt es die Spiritualität. Und natürlich gibt es beispielsweise auch die großen Weltreligionen, die sich natürlich selbst auch auf die Fahne schreiben, Antworten zu haben zur, in Anführungsstrichen, richtigen Lebensführung oder zur Arbeit an sich selbst. Und jetzt war ich erst mal nicht schlauer, weil diese Bereiche erschlagen einen natürlich. Das wirst du wahrscheinlich wissen, wenn du hier auf diesem Kanal bist. Jedes einzelne Thema davon, sei es die Psychologie oder die Philosophie, die Theologie bzw. die Weltreligion, egal welchen Bereich man nimmt oder die Psychologie, alle bieten so viel Inhalt, dass eine Inkarnation vermutlich nicht ausreicht, um alle diese Themen wirklich, ich sag mal, zu durchdringen. Und ich sah mich damals eher als, ich sag mal so, der intellektuelle Grobmotoriker. Ich habe mir alle Themen angeguckt und überall Wissen aufgesogen, wie so ein Schwamm, um überhaupt erst mal einen Eindruck zu gewinnen. Was bringt dich jetzt wohin? Was macht Sinn? Was findest du spannend? Und dabei ist mir aufgefallen auf diesem Weg, das war so mein persönliches Resümee, dass in der Philosophie es viele spannende Antworten gibt, und gleichzeitig in den philosophischen Zirkeln oder Diskussionsrunden, in denen ich war, wurden zum Teil mehr Fragen gestellt und diskutiert, als wirklich greifbare Antworten zu nennen. Was nicht verwerflich ist, das ist eine wundervolle Herangehensweise, denn nur wenn man Dinge hinterfragt, kann man oftmals auch tiefer in verschiedene Themen eindringen. Jedoch war das Ergebnis oft, dass ich mit einem Fragezeichen aus diesen Runden hervorging und nicht mit einem Ausrufezeichen vielleicht. Das wollte ich ändern, denn ich hatte nicht zum Ziel, ungleich mehr zu denken, sondern ich wollte gerne möglichst greifbare Antworten haben, was ich jetzt machen soll, um an mir zu arbeiten. Bei dem Thema Psychologie war es so, dass ich das immer spannend fand. Es ist ein wissenschaftlicher Ansatz, der noch nicht allzu alt ist. Die empirische Psychologie ist, glaube ich, around about 100 Jahre alt. Und das ist eine Sache, die ich dann schon spannender fand. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Psychologie sehr krankheitsorientiert ist. Das heißt, es gab zwar jetzt in den letzten zehn Jahren verschiedene Ansätze, unter anderem der positiven Psychologie oder der sogenannten transpersonalen Psychologie, die sich auch mit den positiven Aspekten der Psychologie oder der Psyche beschäftigen. Nichtsdestotrotz war es überwiegend so, dass geguckt wird, okay, wir haben hier einen Menschen, der hat einen Leidensdruck, der ist krank. Wie bekommen wir diesen wieder in Anführungsstrichen gesund? Und da es bei mir nicht so war, dass ich einen enormen Leidensdruck hatte oder psychisch enorm labil war, sodass ich da wieder gefestigt werden musste in der Vergangenheit, war das nicht mein primäres Ziel, sondern mein Ziel war weniger die Entwicklung von krank zu gesund, sondern mehr von gesund zu wo soll die Reise jetzt hingehen? Wer bin ich überhaupt? Was mache ich hier? Und so weiter. Dann habe ich mich mit den Religionen beschäftigt, mit den monotheistischen, mit dem Judentum, Christentum, Islam ein bisschen und mit den polytheistischen natürlich auch. Und was mir da nicht gereicht hat, formuliere ich es mal so, waren die Antworten, die dort oftmals gegeben wurden, die Gesetze oder die Gebote beispielsweise, das waren oft sehr starre Dogmen. Es hieß dann beispielsweise, du sollst kein Alkohol trinken, kein Sex vor der Ehe haben und viele weitere Sachen. Du wirst es kennen. Und das waren Sachen, die mir per se ein bisschen zu dogmatisch waren. Wenn du mach das so, so ist es richtig, weil das steht da und da. Ich persönlich habe immer geglaubt, dass in allen Sachen, die man machen kann, oftmals die Menge das Gift macht. Wenn man alle paar Wochen einen Riegel Schokolade isst oder ein Glas Rotwein trinkt beispielsweise, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so verwerflich. Wenn man aber jetzt jeden Tag Alkohol braucht, damit man ausgeglichen oder glücklich ist, dann ist es sehr verwerflich. Und auch in ganz vielen anderen Bereichen. Du sollst nicht lügen beispielsweise. Es gibt ja verschiedene Studien darüber, dass wir, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber eine exorbitant hohe Anzahl an Lügen am Tag von uns geben. Ich meine, es waren zwei- oder dreistellig sogar. Es geht ja schon damit los mit, wenn man sich im Alltag fragt, wie geht es dir und einem geht es nicht gut und man sagt, ja, mir geht es gut. Oder etliche andere Sachen. So, dass ich glaube, dass der Ansatz, nicht zu lügen, definitiv seine Daseinsberechtigung hat, weil ich ein großer Freund von Ehrlichkeit bin. Nichtsdestotrotz gibt es auch Momente, wo ich das eventuell nicht 100% sein kann. Und ich möchte mich ungerne moralisch dafür selbst angeißeln, weil ich gegen ein Gebot verstoßen habe, was in dem Buch stand. Ich glaube, dass es Sinn macht, in vielerlei Hinsicht Dinge möglichst differenziert zu betrachten. Das heißt, weniger dogmatisch, vielleicht weniger starr. Und im Kontext dieser Beschäftigung mit all diesen verschiedenen Disziplinen bin ich wiederholt über das Thema der Freimaurerei gestolpert. Denn irgendwie hatten die einen Bezug. Im philosophischen Kontext bin ich da oft drüber gestolpert. Ich bin aber auch im theologischen Kontext oft darüber gestolpert. Und nicht zuletzt, ich habe es in meinem FAQ-Video dem ersten erzählt, über die Freimaurerei. Ich werde es hier oben irgendwo einblenden. Waren auch ganz viele Menschen, die mich persönlich sehr inspirierten, Mitglied dieser Organisation. Also Henry Ford, Theodore Roosevelt, Benjamin Franklin und so weiter, Mozart, Lessing. enorm viele überdurchschnittlich bekannte, erfolgreiche und inspirierende Menschen. Sodass ich dann dachte, okay, das ist irgendwie interessant und das führte dazu, dass ich mich dann näher damit auseinandergesetzt habe. Und während dieser Auseinandersetzung mit diesen Themen, mit diesem Thema, besser gesagt, der Freimaurerei, ist mir aufgefallen, dass die viele Ansätze vertreten, was ich bis dahin recherchiert habe, die ich teile. So haben die beispielsweise weniger strenge Dogmen, sondern arbeiten viel mit Symboliken und vieles ist an der Auslegung einem selbst überlassen. So war es so, dass die Werte vertreten, mit denen ich mich identifizieren konnte. Sprich, Toleranz, Humanität, Brüderlichkeit, Menschenliebe. Das waren alles Sachen, wo ich sage, ja, unabhängig von meinem, ob ich einen religiösen Glauben habe oder nicht, das ist was per se, da kann ich mich mit identifizieren. Und auch die Tatsache, dass in der Freimaurerei, besonders jetzt in manchen Obedienzen mehr als in anderen, aber alle Religionen per se willkommen sind, ist es so, dass auch das ein Thema war, was mir sehr zugesagt hat. Weil ich persönlich, und auch hier, ich spreche immer nur für mich, nicht für die Freimaurerei als solche, weil insgesamt glaube ich, dass wenn es da etwas gibt, wie auch immer wir es nennen wollen, Gott, Schöpfer oder whatever, dass er nicht eine Religion im Speziellen als die richtige auserkoren hat, die vielleicht kulturell und zeitlich bedingt in einem Kontinent verbreiteter ist und die anderen haben halt Pech. Ich glaube nicht an das Konzept, dass wenn ein Kind in Indien im hinduistischen Kontext auferzogen wird und alle Menschen um ihn herum Hinduisten sind und er vielleicht mangels Zugang zu Bildung gar nicht mit anderen Religionen in Berührung kommt, gegebenenfalls. Ich glaube nicht daran, dass er denn weniger wahrscheinlich von Gott gemocht, geliebt wird oder sonst was. oder wenn einer im tiefsten Asien groß wird oder taoistisch vielleicht erzogen wird, dann glaube ich nicht daran, dass er mit weniger hoher Wahrscheinlichkeit in den Himmel kommt, weil er halt kein Christ ist. Ich weiß, dass das polarisiert und da mögen mir mit Sicherheit nicht alle zustimmen, aber das ist meine Sicht auf dieses Thema. Und deshalb hat mir eine Organisation generell sehr zugesagt, die verschiedenste Religionen vereint in dem gemeinsamen Glauben an etwas Höheres, an, wie die Freimaurer sagen, a supreme being, es aber nicht wichtig ist, welcher Religion im Speziellen derjenige jetzt angehört. Und das waren alles Punkte, die mir sehr zugesagt haben, dass wenige bis gar keine Dogmen, die Offenheit für verschiedene Religionen, die Werte, für die die Freimaurerei steht und die Tatsache, dass sie sich auf die Fahne geschrieben haben, dass die stetige Arbeit an einem selbst zu einem besseren Menschen machen kann. Ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Wort besser, weil ich nicht wirklich weiß, inwieweit wir dadurch zu einem besseren Menschen werden, denn im Umkehrschluss müssten Menschen, die nicht bis gar nicht an sich arbeiten, schlechtere Menschen sein und das glaube ich nicht. Ich glaube, sie sind vielleicht unbewusstere Menschen, eventuell auch glaube ich nicht, dass man automatisch ein besserer Mensch wird, weil man Freimaurer wird, auf gar keinen Fall. Das ist kein Freifahrtschein und es wird einem da auch nichts geschenkt. Ähnlich wie in der Spiritualität, im Allgemeinen werden Wege aufgezeigt, die man sich beherzigen könnte oder sollte und je nachdem, wie sehr man das tut und wie sehr man die Werkzeuge, die einem da an die Hand gegeben werden, auch benutzt, kann man sich entsprechend eher besser entwickeln oder vielleicht schneller, ist auch ein ungünstiges Wort, entwickeln oder überhaupt entwickeln, als jene, die all das nicht tun. So, und dieses Sammelsurium an Informationen hat mich letztlich dazu gebracht, im Jahr 2014 die Freimaurer zu kontaktieren und mittlerweile im 21. Jahrhundert, die meisten haben Internet, und du kannst es googeln, du wirst dann höchstwahrscheinlich Logen finden in deiner Umgebung und so habe ich es seinerzeit gemacht, habe diese dann kontaktiert, wurde dann zu Gesprächen eingeladen, habe dann mit verschiedenen Freimaurern gesprochen. Mein Eindruck seinerzeit hatte das bestätigt, wofür ich mich auch tatsächlich interessiert habe. Das heißt, mein Bild, was ich von den Freimaurern hatte, hat sich bei den persönlichen Gesprächen noch weiter gefestigt und ich wurde dann, oder ich habe dann, ich glaube, knapp ein Jahr lang verschiedene Gästeabende besucht. Das heißt, ich wurde eingeladen zu quasi öffentlichen Abenden, sogenannten Gästeabenden, durfte daran teilnehmen, mir das anhören, mitdiskutieren gegebenenfalls. Und auch das war was, was mir sehr zugesagt hat, sodass ich dann im Jahr Ende 2014, Anfang 2015 gesagt habe, dass ich gerne beitreten wollen würde. Ja, das ist dann geschehen, Ende April 2015 und seitdem bin ich dabei, bei den alten, freien und angenommenen Maurern von Deutschland, kurz AFAM, und bin mit der Entscheidung super zufrieden. Das Ganze, und das ist mir wichtig zu sagen, das ist ja kein Werbevideo oder sowas, generell möchte die Freimaurerei ganz bewusst nicht werben oder missionieren, denn das wäre gar nicht im Sinne der Freimaurerei. Ich sehe die Freimaurerei persönlich als so eine Art Topf, so eine Art Resonanztopf von Menschen, denen, die daran gelegen ist, an sich selbst zu arbeiten und sich vielleicht für gewisse Themenfelder interessieren oder damit resonieren. Das heißt, es würde gar keinen Sinn machen, missionieren zu gehen oder aggressiv zu werben, denn wir hätten am Ende wahrscheinlich, würden wir Leute anziehen, die gar nicht mit den Freimaurern vielleicht resonieren würden. Das heißt, das ist hier kein Werbevideo oder sonst was, ganz im Gegenteil. Ich wurde einfach nur oft gefragt, was mich überhaupt dazu geführt hat und diesen Eindruck wollte ich je in diesem Video und diese Geschichte dazu einmal ausführlicher mit dir teilen als in dem Freimaurer FAQ-Video. Ich werde mit Sicherheit nicht alles angesprochen haben und wenn du weitere Fragen hast, darauf aufbauend, wo du sagst, okay, das klingt spannend, ich würde gerne noch das oder das wissen, dann schreib es bitte in die Kommentare und was noch viel wichtiger ist, klicke bitte neben dem Abonnieren-Button auch auf die Glocke, denn das führt dazu, dass du auf dem neuesten Stand bleibst, wenn neue Videos hochgeladen werden hier auf diesem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Schön, dass du hier warst. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder beziehungsweise du mich wahrscheinlich eher als ich dich. Ich sehe ja nur die Kamera. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du zuschaust. Wünsche dir nur das Beste. Bis dahin. Adios.